Blasen. Blasen ist der Plural von Blase und Blasen ist auch ein Verb. Blasen heißt ein Luftstrom erzeugen, zum Beispiel durch kräftiges Ausstoßen von Luft. Man kann auch Instrumente blasen, zum Beispiel die Bambusflöte oder auch die Trompete. Es gibt die ganzen Blasinstrumente, Holzblasinstrumente und Blechblasinstrumente. Blasen kann auch heißen, dass man einen intensiven Luftstrom erzeugt, um etwas wegzupusten, etwas wegzublasen. Und manchmal spricht man auch von Blasen bei der Börse. Wenn nämlich etwas übermäßig teuer ist oder irgendwo Kurse stark gestiegen sind, ohne dass es gerechtfertigt ist, dann sind das auch Blasen, die irgendwann platzen werden. In diesem Sinne haben auch Menschen immer wieder Vorstellungen und Gedanken, die manchmal sich als Blasen herausstellen und die irgendwann mal platzen. Man sagt auch manchmal, dass die Aufgabe des Gurus ist, in die Ego-Blasen des Schülers mit einer Nadel hineinzugehen, dass diese Ego-Blase platzen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.